20. Juli 1944. Wir sind im Führerhauptquartier auf der Wolfsschanze. Im Raum Adolf Hitler und sein engster Stab. Sie bringen gefertigt Ihre Trompervordermann! Bezeiten Sie den Feind von Südachsozialeinsverhältnis! Den Offizier vom Dienst, Herrn Oberamtsmann Frick, bitte! Hitler hat den Bürgerbräckeller besetzt und putschiert. Häftling bitte auf die linke Seite. Die Herren bitte an den Tisch treten. Oberführer bitte auch noch auf die linke Seite. Der Häftling bitte mit dem Finger auf die Skizze zeigen. Oberführer bitte ein wenig runterbeugen. So Frau Benner, hier habe ich ein Paket für Sie. Und das ist für die Frau Kaminski gegenüber. Das ist wohl gerade niemand zu Hause. Können Sie das mit annehmen? So, und nun für unseren Genossen von der Kletze und seiner Gattin, nehme ich auch mal an. Etlener Nogelreiber zum Offen. Kalimba der Luna. MAKING EMOTIONS Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht verraten, aus welchem Material die sind zuerst? UAH! Sehen Sie nicht, dass ich was zu tun habe? Ich fühle mich gut. Eigentlich. Man ist ja überall geschützt, ne? Ja, da kommt es jetzt auf dem Hals auch nicht so drauf an. Töber ist ziemlich losраж establishes Versuch, bevor wir es nachdenken. Also, mit dem listeden Jetzt mal ¡ damages SmartЕН darbeams! Man kann es dir Alicia Juntze erlassen.